Untertitelung. BR 2018 Wenn bei uns ein Arbeitnehmer krank ist, bekommt er nicht nur seinen vollen Lohn vom ersten Tag an voll weitergezahlt, sondern auch alle Lohnzusatzmomente, wie etwa Überstundengeld, obwohl er ja, wenn er krank ist, gar keine Überstunden macht. Und ob wir uns das noch leisten können, müssen die Tarifpartner auch untereinander, die Gewerkschaften und die Arbeitgeber, besprechen. Aber es kann keine Rede davon sein, dass wir unser soziales Niveau insgesamt absenken. Ich denke, so bequem, wie wir es also die ganzen Jahre hatten, können wir es uns nicht mehr machen. Das finde ich nicht gut. Vor allen Dingen, man hat ewig geschafft, das ganze Leben lang. Und wenn man mal ein bisschen wieder auf Vordermann gebracht werden möchte, dann noch zuzahlen, finde ich nicht gut. Ich komme gerade aus der Kur. Ich habe vier Wochen Kur gemacht. Ich weiß ja, irgendwo muss wohl gespart werden in der Saara. Also ich bin schon dafür, dass da ein Einschnitt ein bisschen gemacht wird. Ich kann mich auch wie es noch so haben, wie ich ihn mit ihr dort vorbereiten könnte. Ich kann mich überraschen. Ich kann mich mal bei dir, wo ich gerade um den Kuchen innovative mache.